Okay, auch alle 3 erwischt, aber trotzdem... Ah, wenn die sich jetzt in alle Richtungen verteilen... Ja. Mist. Naja, aber die haben nicht mehr viel. So, Moment, Moment, Moment. Zwei könnten das vielleicht... Nein, natürlich nicht. Doch! Hohohoho, beide erwischen. Düp, düp, düp. Einer noch. So. Komm her, Süßer. Ja, fünf noch. Haha, du bist doch kein Gegner für mich. Okay, die könnten ein bisschen nervig sein. Aber die haben ja zum Glück nicht so viel. Die haben ja noch 20, ne? Oh, nur eine Wiss. Schade. Düp, düp, düp. Nein! Ah, ich laufe auch noch hier rein. Zack, 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 zack. Und... Du bist auch weg. Und... Oh! Ich weiß. Wollte ich gar nicht. So. Düp, 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 düp. Genau. Jetzt können die Masken heinis. Die Nerven nochmal. Ja. Ups! Ah, ich laufe auch noch rein, ey. Nein! Nein! Also, das war dumm. Oh, Mann. Verdammt. Stell dich doch nicht so an, Eiji. Oh. Ja. Nicht piksen, nicht piksen, nicht piksen. Danke. Da. Genau. Oh, oh. Weiterwischen. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist ein Kampf. Wirklich. Aber... Mit letzter... wieder ein bisschen. Also... nur ein ganz... klein bisschen. Verdammt. Konzentration können wir das ohne Probleme schaffen. So Bananenscharen wollen wir nicht. 40. Das ist auch so ein Geist der einfach nur nervt. Ups. 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 Nein! Ausgeprutscht. Verdammt. Ja. Zack. Dich erstmal weg. So. Bananenscharen aufsaugen. Ups. 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 Buch 度. Ups. mac Gracias. äh, kam da eher vor hab jedenfalls noch nie einen japanischen Anime gesehen, wo jemand auf einer Bananenschal ausgerutscht, es ist egal äh, meine ehrlichen Werke selbst wenn ich verbleiche, wird mein Werk andauern, oui oui, ganz recht ich hab keine Ahnung, ob ich das richtig aussprechte, ich hatte in der Schule nie Französisch es ist mir egal, Kunst ist unsterblich, na nü was heißt hier, nur eines meiner Werke ist noch vorhanden, das ist völlig unmöglich es ist zum Eulen ja der arme süße Fangguide ja, ja, ja komm, du willst doch in dein schönes Gemälde, das ist doch mal ein Ende für den Künstler, eingesperrt in ein Gemälde und ey, ich hatte ihn fast, fast und dann, dieser verdammte, das gibt's nicht, ach komm ja, ich kann ihn jetzt los, Luigi saug ihn auf danke verdammt boah, ich hätte ihn fast mit einem Mal und dann ist da dieser dumme, dumme, dumme ach, dieser dumme oh Boutique schick äh verdammt wo ist er hin? ja, ich hab den Schlüssel vor unten das ist schön aber nein, wir wollen Boutique die kleine süße Boutique die kleine Boutique, die viel zu viel äh, Lebenspunkte hat, seien wir mal ehrlich 238 238 ja, wir gehen da rein dup 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 das kann jetzt länger dauern beziehungsweise das kann noch ein paar Mal hin und her gehen ja, ja, ja 220 200 oh Gott es ist toll ja, ja Geister, die sich überall hinbewegen können hin und her hin und her 198 180 na, zumindest fast, äh, fast die Hälfte so dup 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 so lange, äh, immer in die Richtung abhauen, ist ja kein Problem weil die andere Tür kann ich nicht rein, wenn ihr euch recht entsinnt dann muss ich einmal praktisch drumherum gehen um ihn dann in einen anderen Raum zu erwischen so, tapp 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 ja, genau dup 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 bin ich nicht ein toller Geisterjäger und ist es nicht von dem toller Buhu oh ja oh, warum müssen die ja, okay ne, 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 genau verlass den Raum nicht oh, 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 oh verdammt ja, scheiß auf die Münzen hab ich eh schon zu viele verloren in diesem Let's Play ups ja dup 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 und 25, 24 10 und fertig ich hab ihn 50 von 50 yes ich geb's diesen Buhu ich zeig ihm, wo's lang geht, Luigi Buhu schicken Daten speichern bla bla gib acht, Luigi ta 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 wir können jetzt noch ein bisschen rütteln aber ich glaub, hier ist nichts zumindest bei den Gemälden sollte nichts sein also bei den Gemälden hat sich auch ganz gerne mal der Buhu versteckt aber im Prinzip vielleicht oh oh kam das zur Lampe okay schön schön schön, 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 schön so jetzt ist es soweit wir können uns umgucken wir sehen auf dem Dach waren wir komplett hier im zweiten Stock waren wir komplett in der ersten Etage waren wir auch komplett und im Erdgeschoss auch komplett und jetzt fehlt tatsächlich nur noch das Kellergeschoss drum machen wir uns jetzt auch zum Weg dorthin hohoho ist das nicht toll? mein Gott es ist unglaublich wirklich das ist jetzt ein weiteres Let's Play das ich erfolgreich beenden könnte ganz unter Umständen und ganz unter Umständen lässt der Endgegner mich auch machen und ich habe absolut keine Probleme mit ihm aber ihr kennt meine Videos mittlerweile irgendein Problem wird es definitiv geben ja darauf habe ich spekuliert dass hier nochmal ein Herzchen ist dann gehen wir da wenigstens auch gleich mit voller Energie hin Mario Mario wir kommen dich jetzt holen 1,2,3,4 Eckstein alles muss versteckt sein Mario ich komme dich suchen und jetzt sind wir schon im Erdgeschoss speichern brauchen wir nicht mal weil nach dem 50. BuHu wurde ja gespeichert also dann so ab in den Keller hier gibt es ja mittlerweile auch Licht alles schön 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 fein 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 gemacht und ja noch so ein bisschen Staub hier weg machen damit wir hier auf die Plattform können über den anderen Staub dann einfach drüber laufen und dann zack genau so Tür hier ist zwar kein Licht aber das stört uns jetzt mal für den Moment nicht die Geister lassen wir allesamt in Ruhe stattdessen gehen wir einfach hier durch und dann geht's los na dann ich bin gespannt so ja auch diese Tür verliert ihren bösen Bann und damit können wir jetzt dieses einladende Gebilde hier betreten sagt er irgendwas wenn man nö er sagt nichts irgendwie sieht die Tür aus wie nur gegengelehnt also ob da hinter eine Wand wäre aber okay egal also dann boah was für ein Schloss man achtet auf den Löwenkopf da am Türknauf und diese Kratzer ja da kann man ruhig mal Schiss haben aber gut letzte Tür hopp oder topp wir sind da der verborgene Altar so ähm was können wir hier noch machen äh ah wir können hier noch ein bisschen rütteln und einen Goldbarren noch mitnehmen ja und was finden wir hier nochmal Geld 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 Man kann ja nie genug davon haben und hier hätten wir dann eben nochmal eine Möglichkeit schnell in das Haus zurück zu kehren also ist eine Abkürzung praktisch falls man von hier nochmal abhauen will oh tap 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 ich bin am überlegen ob wir hier vielleicht auch noch ne dann halt nicht okay es geht los go 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 ach stundenlang könnte ich mein wunderschönes Mario Gemälde ansehen es ist wahr was man über anspruchsvolle Kunst sagt man braucht ein feingeistiges Wesen um sie wert zu schätzen dieser hilflose Ausdruck in deinem Gesicht Mario der macht mich so zufrieden mag sein dass meine bisherigen Erlebnisse mit dir ein wenig zu dieser Sichtweise beitragen mal ganz ehrlich wer ist schon so blöd und glaubt dass Willen einfach so verlost werden man muss schon schön blöd sein und was hat man euch Mario Brüdern bloß in die Suppe getan eine ordentliche Portion Leichtgläubigkeit was dein Bruder hat den ganzen Weg hierher zurückgelegt um in einem Bild verewigt zu werden das ist wirklich großartig wie dem auch sei dieses Mario Gemälde hängt so allein da ich brauche unbedingt noch ein Luigi Portrait dann erst ist meine Galerie komplett ich lache mich scheckig vor dir habe ich keine Angst zu Suppenkasper höchstens vor dem Schreckweg 0816 den du auf deinem Rücken trägst eine echt dämliche Erfindung aber ich bin der König der Buhus ich schwöre niemals werde ich gegenüber einem ordinären Haushaltsgerät klein beigeben außerdem wirklich abscheulich wie du Wurpschlorfseif Schleutz Schlitz Schwupps mäßig meine ganzen treuen Freunde aufgesaugt hast und glaub ja nicht dass ich davon sause ich werde mich dir entgegenstellen wie es einem wahren Buhu angemessen ist komm und leiste deinem Bruder Gesellschaft auf diesem Bild äh nein König Buhu und warte Bowser 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 es ist Bowser er er saugt uns ein nein Spielende nein natürlich nicht es wird Zeit für einen epischen Bosskampf Luigi versus ähm versus Bowser King of all the Koopas in all the lands of the world and so we can change to German again and äh jetzt da haben wir jetzt Bowser der hat einen ziemlich feurigen Atem und Luigi darf jetzt gegen ihn antreten das wird so toll so mein Bowser mein Bowser mein Bowser mein Bowser äh wie kann man dich nochmal besiegen ich weiß es leider überhaupt nicht mehr aha Moment ähm genau vielleicht vorzugsweise irgendwie so aha oh er hat seinen Kopf verloren ja Mensch vielleicht können wir ja jetzt diesen König Bubu hier so ein kleines bisschen aufsaugen oh ja 350 oh das das macht Spaß gemacht so könnte die nächste Runde gleich wieder laufen aber ich fürchte den Gefallen würde mit nicht tun okay ähm da schieße ich wieder Kugeln von denen wir möglichst eine einsaugen sollten die wir dann wieder auf den Schleudern können genau dann sollten wir uns wieder in die andere Richtung verkrümeln glaube ich ups ups nein ah nichts oh Bowser mit Eisatmen ist böse naja in Bewegung bleiben 290 80 was weiß ich düp 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 andere Richtung okay Bowser komm her juhu 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 düp 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 ja ja saugen und ja her mit einem Kugeln des Todes oder so boom juhu ändert er nochmal sein Angriffsmuster? ich weiß es gerade nicht aber wenn es so bleiben würde, wäre es so toll 200 100 nein, verdammt oh, ich laufe auch noch direkt rein das ist toll so äh 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 what the what the ow that's not good nicht gut nicht gut Bowser ist so ein kleines bisschen konfus gleich offen gesagt auch mit einem äh verkehrt aufgesetzten Körper äh Quatschkopf döp 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 ja wie ihr seht das Spiel äh äh verlagert sich jetzt auch so ein bisschen also es geht jetzt nicht mehr nur von links nach rechts sondern auch ein bisschen von schräg nach hinten und nach vorne und zur Seite und überall hin und warum laufe ich immer da rein es ist nicht schwer da auszuweichen echt boah ist das so ein billiger endkampf und ich mach so eine scheiße nein 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 es wär toll wenn du irgendwelche sollen kaputt machen würdest und da wären irgendwelche Herzchen drin aber ich glaub dir gefallen tusten aber auch nicht ist doof igit igit boah das wird mir zugeschnappt das wird mir eindeutig zugeschnappt ja und boom baby au da 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 ich lauf da auch noch für rein ja 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 nee bausam nee bausam 20 verdammt ach man verdammt und jetzt setzt er sich auf deinen Kopf falsch auf und jetzt muss ich einfach nur aufpassen dass ich ihm da so ein bisschen an komme tipp 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 geh weg oh geh einfach nur weg bitte geh weg la 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 äh aua nein pfff pfff nein 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 boah das ist jetzt das erste mal dass ich so eine Kugel ich müsste ihn nur noch einmal treffen das ist so gemein ich müsste ihn nur noch einmal treffen ich bin mir ganz sicher aha komm komm nochmal nochmal in die Richtung genau so und jetzt roll ein bisschen besser damit ich auch eine Kugel erwische vorzugsweise vielleicht die hier nö es ist so nein 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 wenn ich jetzt drauf gehe hier nein 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 unfair 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 ich castle ey beheld grandmother Vielen Dank.